ja liebe leute willkommen zurück es ist wieder eingetreten es ist wieder abgestürzt und ich hatte ja gesagt wo bin ich ja hier vorne wieder wenn das wieder passiert dann höre ich halt erstmal auf weil das problem ist auch noch dazu gekommen zu den abstürzen dass wahrscheinlich die synchronisation mit steam auch kaputt war also ich beginne im prinzip wieder von ganz vorne alle fortschritte und so weiter sind weg und das ist blöd also ich werde es jetzt hier erstmal beenden mal weiter beobachten ob es paar updates gibt oder so und dann wahrscheinlich auch notgedrungen noch mal neu anfangen aber jetzt ist erstmal jetzt ist auch ein schluss ja schade also ich fand es eigentlich gut und fand es auch interessant so und aber also wenn das ganze system runterreißt das ist blöd also in dem sinne bis später